Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zu DMX-Control 3. Ich bin Christian und diesmal erkläre ich die Programm- und Projektoptionen. Die Einstellungen findet ihr im Menü unter Settings und dann nochmal Settings. Es gibt hier nun drei Abschnitte, die Application-Settings bzw. Anwendungseinstellungen, die New-Project-Default-Settings oder Standardeinstellungen für neue Projekte und die Current-Project-Settings, das sind die Einstellungen des aktuellen Projektes. Es ist wichtig, wo ihr hier etwas umstellt, denn DMX-Control trennt zwischen den allgemeinen Einstellungen für das Programm an sich, das ist der Abschnitt ganz oben, den Einstellungen für neu erstellte Projekte und die aktuellen Einstellungen in diesem Projekt selbst. Importiert ihr ein Projekt von einem anderen Rechner, so werden zwar die Projekteinstellungen übernommen, die allgemeinen Dinge aus dem oberen Teil bleiben aber unberührt. Das betrifft vor allem so Dinge wie die Sprache oder ob zum Beispiel automatisch Gerätegruppen angelegt werden. Außerdem ist es auch wichtig zu wissen, warum im zweiten und dritten Abschnitt zum Teil die gleichen Punkte existieren, zum Beispiel die Stage-View oder die Cue-List. Eine Änderung der Cue-List-Einstellungen für neue Projekte hier in der Mitte ändert nicht das Verhalten im aktuellen Projekt, das gilt dann wirklich nur für danach erstellte Projektdateien. Ich kann nicht auf alle Einstellungsmöglichkeiten in diesem Video eingehen. Ihr findet Erklärungen zu den Punkten in unserem Wiki. Der Link ist unten in der Beschreibung des Videos. Aber um das Prinzip zu verstehen, werden wir nun etwas ändern. Wir stellen jetzt mal die Sprache um. Unsere Videos werden alle auf Englisch aufgenommen wegen der besseren Übersetzbarkeit der Tonspur gegenüber dem Bild. Nun wechseln wir aber auf Deutsch. Der Punkt ist eine Anwendungseinstellung, also ganz oben. Und er betrifft die grafische Benutzeroberfläche, die wird GUI genannt. Das steht für den englischen Begriff Graphical User Interface. Per Doppelklick öffnet sich das Fenster und wir sehen gleich ganz oben den Punkt Language. Hier stellen wir in dem Dropdown-Feld nun auf de-deutsch um. Nebenbei erwähnt, unter Theme versteckt sich so ein bisschen der Dark Mode. Damit lässt sich die komplette Programmoberfläche in eine dunkle Farbe bringen. So, jetzt bestätigen wir das Fenster mit OK und wir sehen eine Meldung, dass die GUI erst neu gestartet werden muss, damit die Einstellungen der Sprache wirksam werden. Das machen wir jetzt. Und wir sehen schon, die Sprache ist umgestellt. Das Zurückstellen habe ich mal beschleunigt, denn ich möchte euch noch etwas anderes zeigen. Bitte seid nicht überrascht, was oder wie viele Dinge sich hier umstellen lassen. Nachdem DMX-Control für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen entwickelt wird, kann das einen schon erschlagen. Alleine die Settings für die Queue-List sind zur Erstellung von diesem Video 52 Parameter, die sich ändern lassen. Vieles davon braucht ihr aber erst, wenn ihr an einen Anwendungsfall dafür kommt. Ein kurzes Beispiel. Im Disco-Betrieb werden die Queue-Listen vermutlich endlos laufen sollen. Also am Ende wieder von vorne anfangen. Das kann man bei jeder Queue-List nach dem Erstellen einzeln umstellen. Oder man ändert hier den Play-Mode auf Loop. Legen wir mal schnell eine neue Queue-List an. Wie wir jetzt sehen, ist hier oben unter Mode der Loop voreingestellt. Normalerweise ist das Once für nur einmal abspielen. Bevor wir nun alle Einstellungsmöglichkeiten durchgehen und das Video drei Stunden dauert, probiert am besten selbst durch, was die Änderungen bewirken, wenn ihr wirklich etwas anderes braucht als die Standardeinstellungen. Und schaut, wie erwähnt, ins Wiki bzw. fragt im Forum nach. Die Daubourg Die Daubourg Die Daubourg Vielen Dank.